Ja, willkommen zur Alarm für Cobra 11. Ja, das ist schon der sechste Teil mittlerweile. So, ich hab da jetzt natürlich ein bisschen mehr. Ich nehm die Mies Karre wieder. Ja, ich hab den Posten mitgenommen. Hallo, ihr beiden. Wir haben nun ein paar Hinweise auf die Kartgänge. Hat lange gedauert herauszufinden, wo das Rennen heute überhaupt stattfindet. Ihr schafft es gerade noch rechtzeitig. Wir haben mit dem Veranstalter und einem Team alles klar gemacht. Einer von euch kann einspringen und an dem Rennen teilnehmen. Fahr zur Zeche Träner. Alles weitere wisst ihr ja schon. Alles klar, Susanne. Wir machen uns auf den Weg. Also, das muss man den Räubern ja lassen, ja? Mit Karts Läden auszurauben. Das ist schon eine wirklich neue Idee. Du kommst dann in die kleinsten Gassen der Stadt und bist trotzdem sehr schnell unterwegs. Wir sind sehr gut. Wenn du so alles interessant wendest. Okay, ich denke, wir sind jetzt am Rennen frei. Wenn alles läuft wie bisher, müssen die sich anschließend absetzen. Du kannst dich nur noch völlig anschließen. Fahrt mehr fällt, dann schützt mich auch. Okay, versuchen wir's. Ja, ich denke mal, so ein Rennen ist jetzt kein Notfall, wo man hier jetzt... Die Streifen bleiben alle. Wo man jetzt hier Braulink für Anmacht machen muss. Das fahr ich mal vernünftig. Läuft die Nase. Ja, ich hätte hier abbiegen müssen. Ich achte nicht auf den Dings. Auf dem Navi, das ist das Problem bei mir. Alle Richtungen Zentrum. Okay. Korb mit 250. So schnell kann ich nicht leben. Was ist das denn? Das ist aber verbackt. Ich kann das gar nicht spielen. Er liegt das an den Einstellungen. Ich schätze mal einfach, meine Grafikkarte macht nicht mit. Es lag tatsächlich an meiner Grafikkarte. Ja, der hat mich umgehauen. Das war's. Und nicht so. Das liegt tatsächlich an meiner Grafikstadt. Mein Gott, meine Grafikkarte ist zu schwach. Sie sind gar nicht so einfach zu fahren, diese kleinen Bieste. Es lag tatsächlich an meiner Grafikkarte. Das backt trotzdem noch ein bisschen. Ich bin nur am Ruhig. Das kann ich wieder vergessen. Ich denke mal, wenn ich die Strecke besser hier finde. Die sind gar nicht so einfach zu fahren, diese kleinen Bieste. Ich möchte das Spiel nicht die ganze Zeit in Boden auf Qualität spielen. Ich kann wieder neu schlagen. Ich bin nur am Ruhig. 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 Mein Gott. Ich bin nur am Ruhig. Ich bin nur am Ruhig. Ich bin nur am Ruhig. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh Gott, bei diesen einen Spieler musste ich die Kraft komplett runterstellen. Ja, ich bin gerade am zocken und werde mit Jank funktionieren. Oh Gott, oh Gott, oh, hier tut alles weh. Ja, ich habe mir einen Koltzblock geholt. Ja, bloß, bloß, ich weiß nicht, wo ein Stück ist, da. Welche Daumen sind drum? Ja, wie wird das geschrieben? Wie wird das geschrieben? L-A-M-P-A-G-E. Ja, big, B-I-G ist big, äh, ja, ich schau mal, ob das da ist. Ja, du weißt doch, da ist nicht immer alles profitbar. Ja, das hat ja nichts zu heißen. Also, manchmal ist was davon da, manchmal ist nichts da. Ja, der kommt raus. Ja, 2021 kommt raus. Ja, 2021 kommt raus. Jumanji. Ja, Jumanji gibt es zwei Teile auch, ja. Genau, genau. Da soll kein neuer rauskommen, weil Jurassic World soll ein neuer rauskommen. Ja. Ja. Ja, der ist ja schon nichts draußen. Der meinte den dritten davon. Der meinte den dritten davon. Ja. 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 Jurassic World, äh, Jurassic World gibt 1, 2, 3 und Jurassic World gibt 1 und 2 und 3 soll, ähm, 2021 rauskommen. Der soll ja 2021 rauskommen, vom Müll. Ja, klar. Sollte dieses Jahr rauskommen, aber dann darf das auch 2021 rauskommen. Ja. Ja. Ja, du weißt, du weißt doch, wer jeden Tag sich damit beschäftigt. Ja. Ja, du weißt doch, ich beschäftige mich jeden Tag täglich damit. Ja. Ja. Ist ja auch so. Ich krieg das, ich krieg das ja immer ziemlich schnell. Ja. Ich denke, wie meinst du das? Was soll? Was soll? Ja, ich krieg das bloß heute nicht mehr fertig. Ja, ja, ja. So, wir sind für einige Jahre aus dem Verkehr. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuschauen.